Hey ho Leute, wir drei sind es wieder und wir spielen wieder eine weitere Runde der Alien Swarm. Diesmal den Mod Dead City. Und ja, dann starten wir ganz einfach mal. Jo. Und da sind wir auch schon. Wie benutzt man die Granaten eigentlich? Mit eins. Also da wo du gerade hin zielst, eins, dann fliegt sie da hin. Genau auf den Punkt, wo du auch von der Höhe her bist halt. Wartet aber mit dem Durchgehen, ne? Ja. Ich hab mal meinen Flammenflamer. Achtung, da oben kommen erst mal welche. Äh. Der hat sich in die Pflanze reingeglitscht. Und nochmal die Zuschauer geduckt, weil dann sind wir langsamer und kontrollierter halt. Eige Scheiße. Komm, die denn her? Von hinten. Darf ich mich kurz nochmal an die Zuschauer, ich wäre sehr sozial von euch. Dankeschön. Ja, ähm, wir haben das diesmal hoffentlich gefixt, dass das Game zu laut war. Ja, ich hab das jetzt ein bisschen runtergestellt und wir haben das nicht gemerkt halt, weil wir das alles hintereinander durchgegamed haben, so Hardcore-mäßig. Und deswegen haben wir das erst gemerkt, nachdem wir das dann angehört haben. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Das ist alles rot. Ja, was unendlich nervt. Oh, 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 oh. Gut. Der schwebt, der schwebt, der schwebt, der hat an. Ein cheates Alien. Warum musst du den Flammenwerfer mitnehmen, ey? So eine Scheiße, das nervt so übel. Man kann ja nie unterscheiden, ob die noch leben oder tot sind. Manchmal hopsen dir die Viecher nur hinterher. Ich hab das Gefühl, die Missionen, die verkacken sollen. Ja, nur wegen dem Flammenwerfer. Wieso nur wegen dem Flammenwerfer? Weil der vollstört. Ah, ah, ah. Komm mal unten in die Ecke, ich muss mal eine Runde heilen. Ja, komm du hier oben hin. Warum sollen zwei zu ein kommen, wenn einer zu zwei kommen kann? Ja, weil darum. Ja, aha, aha, ja. Ich brauche auch so viel Heilung. Ja, du rennst ja nur durch und klickst einmal. Vorsicht, zum Glück sind wir hinterm Auto. Ich brauche wenigstens nur einmal Money. Ey, KFC, Schleichwerbung. Was? KFC, Schleichwerbung da oben. Noi. Krass. Wie kommst du denn drunter? Okay, ich geh den Typen mal ablenken, dass er den... Okay, machen wir es halt so. Boom, tot. Ah, Leute, der... Was? Habst du gesehen, wie der mich weggeboxt hat? Ja. Boah, ich würd da gern mal hinterkommen. Boah. Ich glaub, jeder darf er nicht bei ihm kommen. Jeder möchte gern mal bei ihm hinten kommen. Aber... Follow. Ah, ah, follow. Nein, ich höre auf das Ding. Ich geb halt wieder Copyright Probleme. Ah. Ich frage... Du bist so ein Talent, weißt du? Du bist fast tot. Splitte es dich dann erstmal von der Gruppe und legst dann genau und feiern uns dann das Ding hin. Ja, ich dachte, ich bin tot, Mann. Einmal super dabei. Geile ist... ..die machen dann einfach nur einen auf den Night und kloppen dich weg. Prozent ich kann nicht schießen und sagt in der Falle Korn da sie sind schon wieder ein Sangegriffen ich dachte das wird tot anderen Mann Mann ich will hier raus How about help mein Gott einmal mit Profis die sterben oh mein Gott das ist so ein komisches Kackviech ich glaube der Flammenwerfer der bringt ehrlich gesagt nix wenn du mich fragst bei dem ja ich will ja aber ich habe so ein paar Freunde dabei da warum immer ich habe ich den Tank auf der Stirn stehen oder was ja brauchst du den Arsch gar nicht zu uns drehen ey brauchst dich gar nicht anbieten willst du einen Muni soll das eine Andeutung sein ja so jetzt stellen wir mal oder ist ein Selbstheilungspaket das könnte ich gebraucht ich stelle das Gewehr auf ums diesmal ein bisschen weiter unten war so ich glaube das war der Falle das war meine Raketen salven so gut wait 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 ich packe erstmal ein paar Minen hin eine Mine eine Mine eine Mine so jetzt ready aktivieren die 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 das geht müssen es eigentlich nur um die die in der Mitte kommen richtig kümmern ex-Flieger das ist gerade hochgegangen meine Mini umgelegt ab diese kleinen Pissdinger ne oh scheiße ex-Flieger voll der Fehl so jetzt kannst du der Arzt Schaub get to the job ich mach das nicht mit fünfmal Schiff drücken dann kackt nämlich der Server hier ab wahrscheinlich der aus der Daten Clipping Fehler aber doch nicht das war einfach nur ein Leck oder der wird ganz komisch rumgetanzt so ich hab ja auch wenn sie an der Schiff drücken zum drucken weil das sagt nur in mir ein Rastfunktion und lässt sich rausfliegen you are close now hier oben wartet noch einer b wo auch durch beide durchgeschossen das soll es der schönste Arie Errungenschaft und es wieder Money und der schenke das ist ein Moni bau ich noch was ist das hier Autogun-Munition kann ich nicht mit ihnen Soll mal noch eins von diesen Monsterviechern kommen? Von welchen? Von den großen da, die auch die Bomben da legen. Ja, die krieg ich ja relativ schnell kaputt. Da ist eine. So meinste? Boben tot. Naja passt. Ich hab die nicht richtig getroffen. Ahaha. Feuerwerk, Feuerwerk. Ahaha. Autsch. Ja, wenn du... Oh. Schießt halt mit dem Laser auf mich. Teamwork. Wenn ihr die ganze Zeit vor mir rumlauft. Aktivieren. Yeah, come. Mach doch erst das scheiß Program und dann setzt ihr das Ding. Nein. Nee. Ich muss das ja hacken. Ja. Ja. Und währenddessen kommen die ja. Da ist uns Begade drin. Du hast es erfasst. Oh. Oh. Wow. Ja. Das ging relativ schnell. Die Brücke braucht so ein bisschen Zeit, deswegen dauert das noch. Außer Muni. Keine Muni mehr. Ja. 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 Wo ist der Fett? Da bist du. Fett. Ja. Ich trau mich nicht gar nicht. Die Brücke ist noch nicht unten. Was hab ich denn hier drin? Und jetzt. Slow-mo. Holy fucking shit. Wow. 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 Das wird der Titel der Folge, ey. Das schreib ich, Selbstmord? Ich möchte gern wieder oben was sehen, danke. Oh, was ist der? Oh. Oh, ich schaff' das jetzt noch. Ihr los mischen Ruhe. Ey, das ist ein Witz. Oh. Ich dachte jetzt, du wurdest geblockt, dann ist der tot. Oh Gott. Alter. ja ich hab Angst anzugreifen weil so treffen und so ne Alta Ast für den Scheiß ey ach wir hätten da unten rum, wir mussten werden ich wollte eigentlich nach Muni suchen für das Geschütz deswegen ich baue mal da hin, vielleicht blocktet ja ja ich würde den Scheißen ja ich muss auch vor, dann kann ich nicht schießen ja ich wollte ja, dich halt nicht treffen aber ging nicht anders aber so ein dummer Tod ja die Deckung, das dauert ein bisschen ich denke mal, dann kann ich auch hier links neben mir runterfallen aber merke eins, wer ist gestorben? ich natürlich mal wieder jetzt hätte ich dich nämlich hier gebrauchen können eigentlich wofür? dafür haha dann bezeichne dich selber, oh fuck, weg weg der Planwerfer mann ist wieder da wow nur Waffe, genauso wie so die Scheiß Noobtuber aus MW2 ey ist nicht besser, das ist bestimmt einer von denen stürm ja dann renn doch nicht immer wie so ein frisch geficktes Eichhölchen durch die Gegend ey flug, wir können jetzt, wenn du willst, auch durch und du kannst dir auch Muni holen, wenn du willst ja, komm jetzt komm rein, komm rein, wach ist der Scheiß Bunker mann ja, komm rein, wach ist der Scheiß Bunker mann okay dann sag ich an dieser Stelle bis zur nächsten Folge von Dead City tschüss tschüss Out of the dark When the rain falls Silence Silence Sau 0 3